Die Ojesus dürfen Sie ja an dieser Stelle recht herzlich begrüßen. Übrigens, die Ojesus, das ist uns ein Heimspiel. Wir sind nämlich von Bruchweiler. Bruch Ojesus ist Bruchweiler. Die Musiker kommen von Salzburg über Darmkundtal, bis nach Bruchwinklitz. Und wir setzen uns zusammen und machen ein bisschen Musik, und heute wollen wir es bei euch machen, in der Hoffnung, dass es euch ein bisschen fällt. Wobei wir an der Stelle dann immer gleich noch den Zusagen und acht, das ist immer so deutsch. Wir sind eine soziale Gruppe. Das heißt, wo immer wir gespielt haben in dem Jahr, oder auch noch spielen werden, wir verlaufen kein Geld. Wir spielen prinzipiell immer für nichts. In eurer Sein, wenn ich traue der Heiser, und heute sind wir dabei auf der Kirche. Allerdings, jetzt kommt ein Hoge, doch heute steht so ein kleiner Hut. Wanns euch ein bisschen Gold, und ihr hättet euch noch üblich oder zwei. Wanns euch geben wir noch drei? Schmeißen eine gerade an ihn. Und jetzt kommt ein anderer Hoge wieder. Alles, was wir sammeln soll übers Junge, tun wir am Jahresende wieder her schenken. Nach dem Motto, das ist kein Witz, wir kommen aus der Region, wir spielen sozial für die Region, und das Geld, das wir gesammelt haben, bleibt in der Region. Die Spende, die am Jahresende gemacht wird, geht nicht an den Nordpol, an den Südpol, die bleibt bei uns im Pfälzer Wald, weil wir der Meinung sind, auch bei uns gäbts arme, bedürftige Leute, und den kann man abends nur noch die ergreifen. Und da sieht man das voll hier. Von daher, da vorne ist der Hut, wenn es euch folgt, wir hättet schon klar extra für Eichelster Fluchtballer Kirche, einen kleinen Press mitgebracht. Der Gegenstatt war, das wirdía sein, die ihr fern. Vorher ist das zu ersterben, der war der Richtung. Ja, das ist ein Foto für die Region. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020